Das finde ich verschwindet. Das finde ich verschwindet. Und achten mit, das ist nicht mehr oder weniger. Okay. So, wir machen noch ein paar Beweise in Gruppen. Also wenn wir jetzt eine Gruppe haben, dann kann man bestimmte Dinge zeigen, die für alle Gruppen gelten. Und zwar ein Satz, den wir auch gezeigt haben jetzt in der Vorbereitung ist, in jeder Gruppe gibt es genau ein Neutral-Element. Hä? Wieso muss man das eigentlich zeigen? Also, das Axiom fordert doch, dass es ein Neutral-Element gibt. Das dritte Axiom, das dritte Gruppen-Axiom. Weiß jemand, was sozusagen, was wir hier eigentlich machen? Ja? Genau. Das Axiom fordert, es gibt mindestens eins. Ja? Also, wenn wir uns das Gruppen-Axiom mal anschauen, ich schreibe es nochmal hin. Also, mindestens ein Neutral-Element, das gewährleistet das Gruppen-Axiom. Was besagt das nochmal? Es existiert ein N, oder nehmen wir es mal, ich nenne es oft auch E, für Eins-Element oder Neutral-Element. Es existiert ein E in der Menge, sodass für alle G in der Menge gilt. Was? Es existiert ein Neutral-Element, sodass für alle Elemente aus der Gruppe gilt. G verknüpft mit E ist gleich G, ist gleich E verknüpft mit G. Von beiden Seiten heran verknüpft. Okay. Das Gruppen-Axiom gewährleistet, dass es mindestens ein Neutral-Element gibt. Es existiert ein, bedeutet mathematisch ja, mindestens eins. Man kann ja auch sowas sagen wie, es existiert eine gerade natürliche Zahl. Klar, zwei zum Beispiel oder vier oder acht. Dadurch, dass ich sage, es existiert eine gerade natürliche Zahl, behaupte ich ja nicht, es gibt nur genau eine gerade natürliche Zahl. Sondern es existiert eine, bedeutet mindestens eine. Wir wollen aber zeigen, dass es genau ein Neutral-Element gibt. In jeder Gruppe gibt es genau eins. Es kann nicht zwei geben, es kann nicht drei geben, es kann nur einen geben. Das sogenannte Highlander-Prinzip. Was müssen wir noch zeigen? Wir wissen, es gibt mindestens ein Neutral-Element. Hexe. Wir müssen zeigen, dass es nicht mehr als eins gibt. Genau. Also, dass es höchstens eins geben kann. Weil wenn wir mindestens eins wissen und höchstens eins, gibt es genau eins. Es gibt mindestens eins und es gibt höchstens eins. Bedeutet, es gibt genau eins. Also müssen wir jetzt noch zeigen, höchstens ein Neutral-Element. Wie zeigt man in der Mathematik, dass es höchstens eins gibt? Oftmals. Mixi. Sehr schön. Sehr schön. Mit einem Widerspruchsbeweis. Wir behaupten, es gibt zwei verschiedene und zeigen, dass das nicht sein kann. Also, Beweis mit Widerspruch. Wie heißt ein Widerspruchsbeweis noch? Anderer Name? Widerspruch auf. Indirekter Beweis. Indirekter Beweis. Beweis mit Widerspruch. Okay. Also, Annahme. Wir nehmen an, es existiert E1, E2. G aus der Gruppe mit E1 ungleich E2. Und, beide sind Neutralelemente. Also, G verknüpft mit E1 ist gleich G, ist gleich E1 verknüpft mit G. Und G verknüpft mit E2 ist gleich G, ist gleich E2 verknüpft mit G. Das ist die Annahme. Wir nehmen an, es gibt zwei Elemente in G, die unterschiedlich sind und die beide sich wie Neutralelemente verhalten. Für alle G. Jetzt brauchen wir eine Eingebung, die hat Hexe. Also, du würdest jetzt beides gleich setzen, also G verknüpft mit E1 ist gleich G verknüpft mit E2. Okay. Und dann? Assoziativität können wir nicht gebrauchen, dafür brauchen wir drei Elemente. E1 ist ja Neutralelement für alle Elemente in der Gruppe. Das heißt auch für E2. Das bedeutet, wenn ich E1 verkette mit E2. E1 ist Neutralelement, E1 verkettet mit E2, gibt was? E2. Aber E2 ist ja auch Neutralelement, das heißt, E1 verkettet mit E2 ergibt E1. Beide sind Neutralelemente, das heißt, beide machen jeweils nichts beim Anderen mit der Randverknüpfung. Was haben wir jetzt? Mogli? Wieso haben wir jetzt den Widerspruch? Wir wollen zeigen, dass es höchstens 1 gibt. Genau. Jetzt haben wir zwei und dann kommt hier raus E1 gleich E2. Okay. Ja, das nehmen wir ja an. Wir nehmen ja an, es gibt zwei und arbeiten damit. Das ist ja unsere Annahme, dass es zwei gibt. Jetzt müssen wir nur irgendwie einen Widerspruch erzeugen. Lili-Fee? Achso, E1 ist gleich E2. Dadurch sind es nicht zwei, sondern eins. Genau. Mixi? Genau. Wir haben angenommen, E1 ist ungleich E2. Wir haben angenommen, es gibt zwei verschiedene Neutralelemente. und haben gezeigt, unter der Annahme, dass sie ungleich sind, dass sie gleich sind. Das ist ein mathematischer Widerspruch, das kann nicht sein. Also war die Annahme falsch. So funktioniert der indirekte Beweis. Also war die Annahme falsch, das heißt, es gibt nicht zwei, die unterschiedlich sind. Also kann es nur höchstens eins geben. Und mit mindestens einem und höchstens einem gibt es genau eins. Also das hier ist ein Widerspruch, das macht man ja gerne so. Ja, und letzten Endes haben wir es dann halt komplett gezeigt. Okay. Okay. Also das hier ist ein Widerspruch. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020